Sternstunde der Musik Ein Benefizkonzert in Niederstotzingen von Kindern für Kinder in Albanien, deren Eltern sich die musikalische Ausbildung ihrer Kinder nicht leisten können. Seit zwei Jahrzehnten haben wir nun diese Beziehungen zu Mariana und Tobias und einigen anderen. Herzlichen Dank, dass Sie diese Idee unterstützen und hinaustragen. Seit unserem letzten Konzert sind vier Jahre vergangen. Grund dafür war die Erkrankung und der Tod von meiner Mutter, die dieses Projekt ins Leben gerufen hat und sich seit 2005 dafür eingesetzt hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieder die Liedrücken sind, scheinen Strafzuhl sein, und dass sie uns tragen, in der uns allein. Und dass sie uns tragen, in der uns allein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017